Ich mag die Internationalität sehr, bei mir das drohen. Mir macht es großen Spaß, dass ich jeden Tag mit Kollegen und Kolleginnen auf Englisch sprechen kann. Man könnte auch andere Sprachen anwenden. Also wir haben bei den 200 Mitarbeitern, glaube ich, über 20 unterschiedliche Nationen vertreten. Zum Beispiel hatten wir jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eingetreten sind, aus Chile oder Australien. Das ist einfach eine sehr spannende Aufgabe, wenn man denen dann hilft, hierher zu kommen und eine Chance hier in Österreich wahrzunehmen.